Nein, muss man nicht. Da ist ein Hebel drin. Warum kannst du da reingucken, eigentlich nicht? Der Hebel kommt hier da oben, ans TNT. Ans Rota. Oh, 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 und das Wasser. Haben sie jetzt die Schilder immer vergessen? Das ist ein Prüfungsven. Du musst nachdenken. Mein Gott, bist du dumm. Sind wir wieder im Abfluss, oder was? Ich verstehe das Rätsel nicht. Okay, wir gucken gar nicht hier rein. Was ist da drin? Nein, das sind die Lösungen. Achso. Was haben wir bekommen? Erschaffe Schwein, einen Sattel und das. Ah, du hast den Hebel ran gemacht. Okay. Können wir eigentlich los von? Steuere selber, drück W. Ich bin jetzt hier oben. Wo brauchst du jetzt hier oben? Was auch was? Wozu brauchen wir jetzt die Schweine? Die bekommen noch. Oh, hier sind wir wieder. Aber es ist leer. Ist ja so krank, ne? Irgendwann können wir wirklich da rein. Ich hab' ihn gedrückt, ne? Ey, ich hab' nur noch ein Herz. Ein verkacktes Herz. Kann der Schwein essen? Aber creepy, Alter. Da waren wir alle schon Kind. Ja. Wenn du mich einmal schlägst, bin ich tot. Die Klinik. Oh. Ach, du Scheiße. Hilfe. Notausgang. Schluchz. Lasst uns frei. Kontrollraum. Notausgang. Zentralverriegelung. Ich hab' die Leute oft gewagt, den Hebel zu ziehen. Doch nie hörten sie. Notausgang hab' ich mal aufgemacht. Die Leute oft gewagt, den Hebel zu ziehen. Nie hörten sie. Okay, machen wir lieber nicht. Ich hab' den Notausgang aufgemacht. Notausgang? Oh mein Gott. Was? Was haben jetzt die Schweine gebracht, Digga? Keine Ahnung, Digga. Die kommen bestimmt noch irgendwo. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Wir nehmen schon drei Stunden auf, oder so. Hey, ein Schwein. Oh. Die End, mein Freund. Die End. Danke für das Spielen. Das ist ein hoffentlich epischen Adventure-Map. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls euch Fehler in der Map aufgefallen sind oder Fragen habt, schreibt Flottge in den Channel. Oder so Kebi-Kebi-Off. Bitte, Mann. Hiermit entschuldigt mich nochmal für sämtliche Tipp- und Schreibfehler. Die ist doch wahrscheinlich meine letzte Adventure-Map. Oh, warum? Die war so geil. Ich kann nicht überreden. Ich weiß nicht, Kommentare schreiben. Und jetzt viel Spaß bei der After-Show-Bahn. Kebi-Kebi hat das alles gemacht. Ich habe ein Schwert. Die Ohrenschwert. Zurück zum Sporen. Das ist ein Dankeschön. Ah, hier geht's weiter. Der Weg hier führt euch zurück zur Klinik. Was ist da drin? Ich mache die Schalpel da an. Im Tee. Was? Oh. Ja, Junge. Oh. Die habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich auch nicht. Ich will nochmal zurückgehen, um zu gucken, was da in diesem Ich-Win-Nicht-Weiter-Raum kommt. Genau, weiter. Achtung auf Tiere auf der Fahrbahn. Wieso Tiere auf der Fahrbahn? Ja, wird mir bestimmt angehalten oder so. Ich will nochmal zurück in den Kontrollraum. Ich bin gerade wo? Marvin. Was? Wo oder wie? Ja. Oh mein Gott, komm mal mit zurück. Richtung Sporen. Kannst ruhig ein Game-Bot anmachen und fliegen. Zurück zum Sporen. Ach, von hier? Oh. Was hast du getan? Dicker, was sind das für Schreie? Sven! Sven! Antworte mir. Digga, was ist das? Da stand, drück mich, wenn du dich traust. Und da war dann ein Gast. Hm. Ja, wo war das? Wenn ich wieder mal schließe. Na, komm doch hier. Da geht's doch weiter. Zum Sporen oder was? Na gut, aber ich will nochmal zum Sporen. Ich will erst wissen, was passiert, wenn man die Zellen aufmacht und was da stand, weil ich komme nicht weiter. Hm. Achso, bei den Hilfe. Ich will überhaupt nicht zurückkann. So. Aber wir sind bestimmt in die Luft. Sag ich dir jetzt schon. Ah, hier ist die Klinik. Liebe Freunde, ich möchte dort nämlich noch einmal reinschauen. In die wunderbare Klinik. Ja, da waren auch nie noch die zwei oder drei verschlossenen Türen, ob es da wirklich nicht weitergeht. Das würde mich wirklich gerne interessieren. Ah, Requisitenraum ist offen. Zur Hälfte jedenfalls. Ja, das müsste auch noch aufgehen. Easter Egg. Warte, ich will noch erstmal zurück. Hier gibt's Easter Eggs, Sven. Ey, das ist geil. Der Schweinebooster Anleitung. Setze das Minecart auf den grauen Wollblock. Lass ein Schwein über das Minecart, über den Minecart spawnen, sodass das Schwein im Minecart sitzt. Jetzt klicke mit dem Sattel auf das Schwein im Kart, stoße nun das Kart an und steige auf das Schwein. Das Schwein treibt nun das Kart. Ja, das tut mir leid. Das wusste ich nicht, dass wir das so machen wollen. Erstes Modell des Hauses. Ja, schaut dann schon ganz gut aus, ne? Komm mal da rein. Chillig. Was steht denn hier so? Nether? Zaubertränke. Move, Move, Speed. Gollum plus Pressure Plate. Bilder plus Schilder. Feuer, Bilderraum. Spinnnetze. Angel und Minecart. Seesteg. Fischerhütte. Schienen verschieben. Ranken plus Baum. Schlafzimmer. Gefängnis. Eis. Bowling. Schneemann. Äh, Katakomne. Ah, hier sind einfach nur Schilder. Tier, Mobs. Geschwindigkeit. Feuer, Dispenser auf Netherrack. Nasaurack. Halle der Helden. Licht. So schön da. Ja, in diesem einen Raum, in dem Requisitenraum, der zu war. Da kommt noch was rein. Also ne, das ist ein Easter Egg, aber in den, ähm, in den anderen Raum, bei den ganzen Mitarbeitern, in den Informationsraum, der auch zu war. Ja, da kommt noch was hin. Das ist einfach nur ein leerer Raum, der auch offen ist. Chillig. Also, die Map muss ich sagen, die ist echt richtig gut geworden. Und du? Wie kommt man jetzt zu dem, zu dem, zu der Klinik? Wir sind hier. Das ist die Klinik. Oh. Hier, komm mit, komm mit. Folg mir. Dreh ich um. Komm mit hier runter. Voll heftig, wie das von oben auch... Oh, Digga, hier stehen noch Schilder. Aufgabenliste. Okay. Ah, für sich solche Notizen wahrscheinlich, ne? Freischaltung Farm. Hier also, komm mal mit. Hier rein. Hier ist es unser Notiz. Ach, da. Katze von Fusek. Oh. Digga, ein Schalter. So. Ja, für dich. Ja, komm mal mit, komm mal mit. Dreh ich um. Ah, nee, da ist auch okay. Hier ist okay. Guck, hier ist so ein kleines Haus. Und hier steht Easter Egg dran. Und hier drin, habe ich jetzt gerade mal aufgemacht, stehen halt diese ganzen Dinger. Und das war halt dieser Raum hier, ne? Ja, einfach nur für sich so ein Raum hier. Der Requisitenraum. Und das andere? Ja, aber einfach nur zu. Da kommt nämlich noch was hin. Ja, wollen wir uns... Wo ist jetzt die Klinik, ne? Ich will nochmal zur Klinik. Welche? Achso, meinst du die, wo die Leute drin waren, da? Also die... Ah, okay, die war... Ähm, warte, zum Eingang muss ich. Wo ist der Eingang? Auf der Seite? Ne, auf der anderen. Ähm, ja... Achso, hier kommst du. Siehst du mich? Jetzt haben sie hier noch gebaut. Hier ist der Weg. Achso, hier geht's runter. Geradeaus, geradeaus und jetzt langsam runter. Zum Leuchten. So, gehen wir mal hier rein und schauen wir mal, ob wir was finden für dich. Wo ist hier die Klinik? Oh, hier ist die Klinik. Gleich geht alles in die Luft. Zehn verriegeln. Ich fühle mich, hier mal massivier zu sein. Oh. Sven. Wie kannst du nur? Warte umgebracht. Oh, da ist noch was. Wieso springst du runter? Die haben auch an alles gedacht, ne? Echt, aber echt. Ich liebe sowas. Ganz ehrlich. Oh, hier ist was. Bitte nicht springen, da unten gibt's nichts. Okay, wollen wir uns verabschieden hier irgendwie? Mal. Also, die Map war super. Die war... Ich hab noch keine Blitz oder Adventure gespielt, muss ich ehrlich dazu geben. Ja. Wir mussten viel grübeln. Tun sie sei, dass wir viel gecheatet haben, aber... Ja. Ja. Wenn's euch gefallen hat, gebt uns doch ein Däumchen nach oben. Einen Comment, wie es so war, ne? Wie wir so sind. Was für Verbesserungs... Vorschläge... Wir verlinken die Map und die... Und die, äh... Channel von denen. Echt? Tun wir das? Den Channel? Muss ich ja noch mehr Arbeit. Ne, nur die Map, die reicht. Die können sie ja selber eingeben, Digga. Oh, das vergesse ich in der Aufnahme. Äh, im Bearbeiten. Ich mach das auch schon. Du machst das? Ja, 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 mhm. Also, ihr werdet verlinkt. Wenn ihr das hört, ihr werdet verlinkt. Sie werden's auch ganz bestimmt sehen. Ja. Also, nochmal viel Dank fürs Zuschauen. 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 Falls ihr uns zugeschaut habt. Falls nicht, dann, äh... Dann werdet ihr's trotzdem hören, ja? Denn ihr seid jetzt dabei, wenn ich das gerade erzähle. Ja? Logisch, ne? Ja? Wie gesagt... Gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.